Was genau macht die Baulig Consulting GmbH und wie verdient das Unternehmen Geld? Nun, Sie wissen sicher, was ein Unternehmensberater macht. Ein Unternehmensberater hilft anderen Selbstständigen und Unternehmen dabei, ihre Umsätze zu steigern, die geschäftlichen Abläufe und Prozesse zu verbessern, neue Systeme einzuführen oder Fachkräfte zu finden. Egal, was genau er beim Kunden verändert, das Ziel ist immer das gleiche. Durch die Beratung sparen Unternehmen jede Menge Zeit und verdienen wesentlich mehr Geld. Je erfolgreicher der Kunde im Laufe der Monate und Jahre wird, desto höher fällt der Anteil des Beraters bzw. das Honorar für seine Beratung aus. Je mehr der Kunde verdient, desto mehr verdient sein Berater. Bei Baulig Consulting ist es genauso. Andreas Baulig, Markus Baulig und ihre rund 50 Mitarbeiter der Baulig Consulting GmbH sind als digitale Unternehmensberater tätig. Sie bieten exzellente Beratung im Bereich Online-Marketing, Vertrieb, Geschäftsprozesse, Personalgewinnung und Mitarbeiterführung an. Die meisten ihrer Kunden sind Dienstleistungsunternehmen, die von der Digitalisierung des Mittelstandes profitieren. Ihr Ziel? Das eigene Unternehmen soll wachsen. Mit den richtigen Strategien, Vorlagen, IT-Systemen und Blaupausen lassen sich die Umsätze in nahezu jedem Dienstleistungsgeschäft, ob online oder offline, langfristig steigern. Oder die Kosten für den Betrieb des Unternehmens drastisch reduzieren. Die Baulig Consulting GmbH hat ihren Sitz in Koblenz. Die Unternehmensberatung läuft aber digital ab, mit moderner Software und Internettechnologien. So kann das Team um Andreas und Markus Baulig aktuell über 3000 Kunden in ganz Deutschland, in Österreich und der Schweiz betreuen. Baulig Consulting unterstützt andere Selbstständige und Unternehmer durch eine spezielle Form von digitaler Beratung. Das sind Trainingsvideos, 1 zu 1 Videotelefonate, Online-Seminare und telefonischer VIP-Support. Andere Unternehmensberater sind meistens nur einmal im Monat oder im Quartal vor Ort beim Kunden. Die Baulig Consulting GmbH ist jederzeit für ihre Kunden erreichbar und steht ihnen täglich als Begleiter zur Verfügung. In den vergangenen vier Jahren ist das Unternehmen von Null auf über 25 Millionen Euro Jahresumsatz gewachsen. Dadurch profitieren die Kunden vom aktuellsten Fachwissen, das die Branche zum Thema Digitalisierung, systematischem Vertrieb und schneller Skalierung zu bieten hat. Wer Interesse an einer Zusammenarbeit hat, kann sich auf der Webseite von Baulig Consulting informieren und ein unverbindliches Erstberatungsgespräch anfordern.